An steilen Flanken kann man gerne mal abstürzen, so ist es in der Bergwelt und so kann es durchaus auch bei den Aktienmärkten sein. Der DAX aktuell, der hat steile Flanken, zumindest mal, wenn man sich das im 5-Minuten-Chart anguckt, für alle Freunde des kurzfristigen Handels, da seht ihr, wir sind super steil nach oben gelaufen hier, das ist eine steile Aufwärtsbewegung, macht Spaß, wackelig runter, wäre klasse, es ist aber wieder steil runter. Na gut, wenn es dann wackelig hoch geht, nein, es ist wieder steil hoch. Manch einer wird sogar sagen, das ist doch ein Fünffäller, was wir hier haben. Sehr gut, dann brauchen wir nur noch wackelig runter. Ne, war aber nicht wackelig runter, wieder eine steile Flanke, hier wieder eine steile Flanke, wieder. Also ihr seht, die Marktteilnehmer haben keine Ahnung, wo sie ihr Ei hinlegen sollen und das ist maximal kritisch, denn man versucht dann, ah, jetzt muss ich aber doch die nächste steile Bewegung, guck mal, es läuft doch. Aber solange wir nicht eine schwache Seite haben, ist es extrem schwer, sich da irgendwo dran festzuhalten. Hier war das einigermaßen noch möglich, aber wenn man so eine Bewegung hat wie diese hier, die quasi nahtlos einfach nach oben geht, wer da irgendwo einsteigt und sagt, ah, das wird schon gut gehen, weil es so stark ist, wir haben wieder eine schwache, nein, Entschuldigung, eine starke nach unten Bewegung hier. Also ihr seht, die Marktteilnehmer sind sich noch nicht so richtig einig, wohin die Reise gehen soll. Also insgesamt übergeordnet bin ich auch aufgrund dessen, was wir hier so haben, da hat sich nichts geändert seit gestern, nach wie vor eigentlich guten Mutes, dass wir dann noch mal runtergehen müssten. Ihr kennt die Marke, ich wiederhole sie ja immer wieder. 15.400 ist schon nahezu, naja, Pflichtprogramm ist völlig falsch formuliert, aber ist etwas, womit man durchaus rechnen kann. Ich rechne sogar mit 300 oder 200 zumindest mal als Möglichkeit. Also das halte ich für durchaus realistisch, dass wir hier irgendwo landen, wo genau, ob das 400, 300 oder 200 sind, werden wir dann wohl noch sehen. Aber irgendwie sowas in der Richtung, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aktuell ist der Druck allerdings nach unten relativ gering. Ihr seht das, es gibt Aufbäume in beide Richtungen. Ja, das war noch die starke Abwärtsseite hier, aber spätestens hier jetzt quasi alle Seiten stark. Klar kann man so ein bisschen maulig sein und sagen, vielleicht war es ein Dreiwelle, aber alles andere, starke Bewegungsrichtung, keine Unterscheidung zwischen gut und böse sozusagen, zwischen stark und schwach. Und das ist dann häufig der Fall, wenn eben keiner so richtig sich orientiert hat. Nachher wird sich das irgendwie als eine Korrektur dann wahrscheinlich auflösen und wahrscheinlich wird dann die starke Richtung, die übergeordnet war, obsiegen und das war offensichtlich eine Abwärtsrichtung. Es würde in das Bild passen. Also im Kurzzeitigen finde ich das durchaus interessant hier, aber ich mache es nochmal groß, wenn ich hier so eine Bewegung habe, die vielleicht heute Nachmittag so aussieht, sobald es dann korrektiv runter geht, so in diese mittlere Zone da rein, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit zu traden. Das könnt ihr in 5 Minuten, das könnt ihr im Viertelstundenchart, das könnt ihr im Stundenschart theoretisch auf allen möglichen Zeitebenen finden und wenn ihr mögt, solche Trades dieser Art auch dann gerne umsetzen. Aber so, wenn beide Seiten so relativ stark sind, das ist aus meiner Sicht nicht so sehr erquicklich. So ähnlich sah es auch beim Dow Jones aus, zumindest mal, wenn man sich das hintere Ende hier im 5-Minuten-Chart anguckt. So ziemlich ähnlich, beide Seiten relativ stark. Findige Augen würden vielleicht noch sagen, da könnte das ein 3-Wähler sein, aber es war schon sehr steil. Das ist auch sehr steil. Naja, ich erzähle euch nichts Neues, das ist das Gleiche, was wir beim DAX haben. Trotzdem will ich über den Dow noch einmal kurz reden, denn es gab durchaus eine Situation, die man vielleicht sagen könnte, wäre das nicht ein Trade gewesen. Machen wir da mal, wenn ihr sowas seht hier in etwa. Dann hat man ja den Verdacht, ist das nicht Schub hoch, ist das nicht dieses berühmte ABC, was man immer wieder hört, wäre dann nicht hier irgendwo das Zwischenhoch, der Trigger für die Long-Seite in Erwartungshaltung, dass es nach oben geht, und zwar das, was wir als erste Welle, und das ist eine erste Welle, der Kurs kam von oben, hier noch mal, ja, Pattern-mäßig gefällt mir das eigentlich gut, weil die Seite ist schwach, die Seite war stark, und die Erwartungshaltung, dass die starke Seite sich noch mal fortsetzt. Keine Sorge, das ist nicht live, das ist ein bisschen in der Vergangenheit, das seht ihr da oben an dem roten Pfeil. Ich zeige euch gleich, was draus geworden ist. Ist das ein guter Trade? Ich gucke immer noch mal, nicht nur auf die Korrektur, sondern ich gucke, wie tief der Rücksetzer war. Ich möchte ja immer nicht, dass er unter die 78er fällt, und wenn wir da drauf gucken, eigentlich meine blaue Kiste ist hier. Jawohl, er ist oberhalb der 78er. Insofern ist das alles in Ordnung. Und als Einstiegspunkt wäre jetzt was? Zwischenhochs. Relativ aggressiv wäre das Ganze hier. Ich muss gestehen, das hätte ich nicht gewagt. Warum nicht? Weil die Bewegung, die wir von hier hatten, Pause, starke Bewegung hier runter, Pause, das ist überlappungsfrei. Es ist also ohne weiteres möglich, dass das gar keine Korrektur ist, sondern dass das ein Impuls ist und wir nach irgendeiner Gegenbewegung sogar noch mal weiter nach unten gehen. Deshalb ist dieser Einstieg in so einem Fall für mich nicht relevant. Wir machen jetzt gerade so ein bisschen retrospektiv. Oder ist das vielleicht sogar so eine A, B, C? Ja, wäre durchaus denkbar. Ist ein bisschen unsymmetrisch. Lange C-Welle. Aber darf ja sein. Und wenn der Kurs wirklich hier hochkommt, dann wäre hier quasi der Einstieg mit der hoffnungsvollen Erwartung, dass der Kurs zumindest mal, mindestens mal das, was wir vorne haben, da hinten noch mal macht. Und da ist so ein bisschen die Krux dieser Geschichte, weshalb ich diesen Trade nicht so super finde. Warum? Weil meine Zielhöhe ist eigentlich nur das. Während meine Verlusthöhe entweder, also wenn ich das Tief hier nehme, ich mache mal diese roten Linien weg, den machen wir auch weg, dieses Tief nehme, dann seht ihr schon, ich habe mehr auf der Verlustseite als auf der Gewinnseite. Bis zum Mindestziel. Klar, er kann weiterlaufen, aber bis zum Mindestziel möchte ich eigentlich mal ganz gute Chancen haben. Das heißt, der ist eigentlich ein bisschen zu hoch. Und selbst wenn ihr den 78er-Stop nehmt, den ich ja ganz gerne verwende, kriege ich das hier hin, so halbwegs kriege ich das hier hin, dann wäre es immer noch ein nicht so tolles Chance-Risiko-Verhältnis, was wir hier haben. Also aus meiner Sicht nicht so attraktiv die Geschichte. So, aber was ist denn draus geworden aus der Geschichte? Da seht ihr, das geht nicht immer gut. Und ich möchte euch das auch gar nicht verheimlichen, im Sinne von, ja, hier, komm, das geht nicht zwingend immer. Ja, also ihr wärt hier wahrscheinlich mit diesem Trade nicht glücklich geworden. Vermutlich hätte man hier irgendwie nachgezogen, zum Beispiel mit dem Supertrend, dann wäre man sogar noch vielleicht positiv rausgekommen. Aber im Burner wäre es nicht gewesen. Vielleicht hättet ihr den Parabolik, ja, wäre sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht hättet ihr eine etwas andere Stop-Logik und ihr hättet ein bisschen Minus gemacht. Auch alles in Ordnung. Aber ich möchte euch nur zeigen, das geht nicht immer gut. Ja, also nicht, dass ihr nachher den Eindruck habt, Mensch, hier, klasse, der zeigt ja immer, das klappt und hier klappt und so muss das aussehen und dann kann man eigentlich nie verlieren. Doch, doch. Verlieren gehört von Trader zum Geschäft. Das Entscheidende ist, dass ich aber mehr Gewinn mache, mehr Gewinn mache hier oben, als ich auf der Verlustseite bin. Das ist hier unten nicht der Fall. Ja, ihr seht ja, selbst wenn ich den etwas höheren Stop hier wähle, 78er Methode oder hier unten drunter, das ist nicht so toll. Also insofern wäre das jetzt nicht ein toller Trade aus meiner Sicht gewesen, aber zur Not wäre er, wie gesagt, selbst mit Nachziehmethodiken hier, es war eine relativ enge, hätte man aber immer noch sogar einen kleinen Gewinn erzielt und wenn ihr jetzt sagt, naja, aber ich hätte das im 15-Minuten-Chart gehandelt, da ist das Muster ja quasi das Gleiche, okay, dann hättet ihr halt noch ein kleines Minus gehabt hier. Ich will euch aber bewusst zeigen, dass es gar nicht garantiert ist, dass es immer positiv ist. Damit ihr euch auch selber nicht konditioniert, im Sinne von, oh, jetzt habe ich ein Minus-Trade gemacht, was habe ich falsch gemacht? Möglicherweise nichts. Dieses Beispiel ist aber tatsächlich nicht so toll, wegen des Chance-Risikos-Verhältnisses ist es tatsächlich fragwürdig. Das heißt, hätte das noch so ausgesehen, in etwa, ich mache nochmal die Zeichnungen hier alle weg, und hätte er dann gedreht, dann wären wir ja ein bisschen symmetrischer, also dann wäre das, was wir vorne haben, und hinten ähnlich groß, hätte er jetzt das hier getriggert, dann wäre unsere Zielerwartung ja diese gewesen, und dann seht ihr, dass selbst, dass in diesem Fall, selbst wenn ich das Tief hier nehme als Stop, hier jetzt das Chance-Risiko in Ordnung ist. Das heißt, es kommen auf mehrere Faktoren an, ich meine, ich schub immer die Korrektur nach unten, wenn ich aber dann weiß, wo wäre denn jetzt mein Einstieg, wo ist mein Stop, Stop hier unten drunter, oder 78er Marke, kriege ich denn ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis? Hier hätte ich diesen Trade sehr gut gefunden, und auch definitiv vorbereitet, vielleicht nicht um die Uhrzeit, mal sehen, der Trigger wäre ja dann vielleicht morgen schon zu einer normalen Zeit gewesen, aber das wäre alles in Ordnung gewesen, aber wenn er so tief runter geht, habt ihr häufig diesen Nachteil, den ich angesprochen habe, dass das Chance-Risiko-Verhältnis auf einmal nicht mehr so toll ist, weil einerseits der Stop ja jetzt tiefer liegt, aber auch euer Target, ich mache mal bewusst nochmal das Target, auf den dann eigentlichen Tiefpunkt, das heißt, ihr habt jetzt mehr auf der Stop-Seite, und gleichzeitig verliert ihr was auf der Target-Seite, nämlich gegenüber dem vorherigen, wenn er da schon gedreht hätte, zu dem. Macht euch das nur bewusst, es geht mir gar nicht so sehr darum, ob ihr das in jeder Situation so, ob das passend ist oder nicht, aber wenn es nicht passend ist, dann lieber den Trade nicht machen. Und wie gesagt, selbst dieser doofe Trade, den ich jetzt gar nicht so finde, hätte zumindest mal im 5-Minuten-Chart sogar noch für einen Gewinn gereicht, aber das nur mal so am Rande. Sind wir mal ehrlich, kein echter Gewinn. Wir sagen dazu immer ein Döner-Trade. Für einen Döner reicht es dann noch. Das ist immer die Frage, ob mit oder ohne Freundin, mit oder ohne Nachtisch, was auch immer, aber das war natürlich jetzt nicht der Bringer. Aber ich möchte euch auch zeigen, dass das nicht zwingend Gesetz ist, dass jeder Trade dieser Art immer nur Riesengewinne bringt. Ich möchte euch zeigen, dass das aber die bessere Situation ist, die Chancen deutlich erhöht. Also deshalb habe ich gedacht, Mensch, das passt doch super, euch auch mal so ein Beispiel zu zeigen. Also nicht, dass ihr glaubt, hier tut einer so, als ob er über Wasser laufen kann, nur über sehr, sehr flaches oder gefrorenes. So, auf jeden Fall aktuell, ihr seht das, das hatten wir eben noch nicht in den letzten 5 Minuten, steil wieder nach oben. Ja, was soll man mit so einem Markt machen? Ich weiß, das juckt vielen in den Fingern. Ja, guck mal, da kannst du doch, wenn du da eingestiegen wärst, wahnsinnig viel verdient. Richtig. Wenn du da an der Stelle geshortet hättest, hättest du jetzt wahnsinnig viel verloren. Seid da vorsichtig mit solchen Bewegungen. Ja, wenn ihr euch nicht klar seid, also ich kann das nicht erkennen, warum der Kurs da jetzt dreht. Wenn ihr das auch nicht könnt, lasst dann lieber die Finger weg und wartet drauf, dass eine Seite wieder Schwäche zeigt. Das ist im Regelfall die bessere Variante. Gucken wir mal kurz auf den S&P. Wie sieht es da aus? Da haben wir, ähnlich wie bei den anderen jetzt, deutlichen Rücksetzer. Hier im 4-Stunden-Chart seht ihr das? S&P 500, jetzt deutlicher Rücksetzer. Und dieser Rücksetzer ist so dynamisch, das hat nichts mit einer Korrektur zu tun. Nochmal, Korrektur gerne dreiwellig, gerne mehrwellig mit Kursüberschneidung. Irgendwie sowas. Aber man kann jetzt ihm nicht vorwerfen, dass er das als Korrektur dargestellt hat. So sieht es nicht aus. Und ihr seht auch hier, darüber konnte man noch streiten. Ging zwar steil hoch, aber mal sehen. Aber das war steil, das war steil. Die sehen alle nicht korrektiv aus. Das heißt, die Marktteilnehmer kämpfen hier mit Messer zwischen den Zähnen auf beiden Seiten, beide Lager, die Bullen und die Bären. Aber an solchen Steilwänden kann man sehr gerne abstürzen. Seid da sehr vorsichtig. Wartet drauf, dass irgendeine Seite Schwäche zeigt und dann zuschlagen. Wenn die Seite stark ist und die Seite wird nachher schwach, dann habt ihr eine Idee, klasse, jetzt kann ich wieder shorten. Geht die Seite nachher stark, dann guckt ihr einfach zu, bis eine Seite wieder schwach ist und dann könnt ihr in dem Fall in die andere Richtung gehen. Ich weiß, das ist für viele unbefriedigend. Man muss doch eine Richtungsidee haben. Die Idee habe ich ja. Das brauche ich nur noch, dass der Markt mitmacht. Also an Ideen liegt es ja nicht. Nur von Ideen ist da noch keiner reich geworden. Ich brauche die anderen, die da mitmachen. Und deshalb gucke ich immer, machen sie es jetzt steil oder machen sie es nicht steil. Nasdaq natürlich relativ ähnlich. Ihr seht auch hier die sehr deutliche, also hier die sehr deutliche Abwärtsbewegung. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Aktuell beide Seiten so steil. Das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, ja gut, dann vielleicht heute die Währung oder vielleicht heute mal die Aktien oder was weiß ich was. Also Einzelaktien, nicht die Indizes. Also dann gucke ich mir lieber die Märkte an, die da ein bisschen klareres Bild geben. Soweit meine Ideen zum aktuellen Markt. Am übergeordneten hat sich überhaupt nichts geändert. Insofern brauche ich da nicht noch mal intensiv drauf einzugehen. Das habe ich die letzten Tage immer wieder wiederholt. Gut, falls ihr jetzt verwundert seid, weil manchmal der Hinweis kommt, Mensch, du hast doch von 31.000 geredet beim Dow. Ja, da hat sich ja nichts dran geändert. Und ob er jetzt mal zwei Tage hoch oder runter geht, ändert an diesem Gesamtbild erstmal überhaupt nichts. Wir sehen, er hat sämtliche Unterstützung nicht wirklich wahrgenommen. Immerhin hat er an der 78er gedreht. Also gedreht kann man vielleicht noch nicht sagen, aber da hält er sich im Moment jetzt auf. Das ist dieses Gezuckel hier. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Ist die Bewegung, die wir da jetzt haben, macht die einen Eindruck für Stärke? Na? Ist das ein gutes Zeichen? Hm? Nee. Aus meiner Sicht ist das eine wunderbare Korrektur. Ich habe den Verdacht. Erster Schub runter. Hier war eine Pause. Nächster Schub runter. Das ist jetzt die Pause, die ich unten rechts gezeichnet habe. Und dann macht er da unten nochmal. Wir kriegen ein Fünfweller. Nächste Korrektur. Wieder für weitere Shorts. Das ist bisher nur ein Verdacht. Denn es fehlen ja noch Teile, nämlich zum Beispiel dieser Abwärtsschub. Vielleicht kriegen wir den ja später, dass ihr hier irgendwie sowas in der Richtung hier bekommt. Schub runter, wackelig hoch. Als Intraday Trade. Dann könnt ihr da schon mal vielleicht loslegen. Wenn es dann auf der Nummer größer hier entsprechend passiert, umso besser. Dann hat man da nochmal eine Bestätigung mehr. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat. Eben auch mal zu sehen. Ja, vorsichtig. Die klappen ja gar nicht immer. Aber eben, selbst wenn es nicht immer klappt, aber es ist nicht schlimm. Das gibt einem zumindest mal ein bisschen Hoffnung, dass es dann nicht immer ganz Drama ist. Ich will euch aber nicht verhehlen, dass auch Trades mal in den vollen Stopp gehen. Das ist auch nicht selten, dass das passiert. Aber es ist eben weniger häufig, als dass man mit dieser Richtung auf der richtigen Seite liegt. Zumindest mal schon mal mit einem kleineren Risiko dann schnell durchs Nachziehen dann eben kommt. Oder eben, dass es sogar richtig sich auf den Weg macht. Ich drücke mir die... Nicht, nicht, ich mich. Sehr schön. Sehr höflicher Mensch. Ich drücke mir die Daumen, dass es erfolgreich wird. Nein, ich drücke euch die Daumen. Entschuldigt. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es für euch erfolgreich wird. Dass ihr eine Menge Spaß habt am Markt. Das sowieso. Dass ihr das ein bisschen teilt mit mir. und dass ihr erfolgreich eure Trading-Ideen umsetzt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.